Ich begrüße euch, guten Tag! Ja Leute, was geht? Hier ist der Tobi und heute, ja, ihr seht's, Black Ops! Und unten links steht Black Ops 2, ja. Und ja, wir befinden uns in Black Ops. Warum befinden wir uns in Black Ops? Mädels, ganz einfach. Ich finde an MW3 momentan gar nichts mehr. MW2 spiele ich nur noch gelegentlich und Black Ops bockt sich einfach so richtig. Allerdings, ja, auf dem Bremen-Fan-Account bin ich schon Presse 15. Und hier habe ich mir gedacht, ja komm, ich will jetzt wieder ein bisschen leveln. Und da habe ich heute angefangen ein bisschen gezockt und es sind in Black Ops Doppel-EP. Ole, ole. Und ja, wir spielen jetzt hier auf meinem MW2-Account. I hate Snipes, HD. Äh, ja, ihr seht hier mal, was ich mir schon bis jetzt für sinnlose Scheiße zusammengebaut habe. Könnt ihr ja alles wunderschön sehen. Ähm, ja. Und ich würde sagen, wir brauchen jetzt gar nicht so ein Rummachen. Ich muss auch mal gucken. Können wir das hier irgendwie ersetzen durch, ähm... Was haben wir denn hier so alles Schönes dabei? Die M14 können wir natürlich nicht nehmen. Äh. Hm. Was haben wir an MPs? Da haben wir die AKU. Ah, meine Damen und Herren, die AKU. Hä? Muss man schon mal... Aufpassen, okay. Nein. Ich denke mal, wir haben hier schon eine Galier-Klasse mit Rotpunkt. Ich denke mal, jetzt machen wir uns mal hier noch eine mit Schalldämpfer. Äh... Hier, Markierung und so, die ist mir eigentlich scheißegal. Wie viel kosten Tarn... Ah, die kosten ja 250, ja. Ich muss mich auch, äh, erstmal richtig dran gewöhnen, dass man jetzt hier wieder, äh, Dings machen muss. Dass man sich ja jetzt hier diese ganzen Tarnungen und so, äh, dass das ja alles jetzt gekauft wird. Äh, normalerweise bist du es ja gewöhnt, dass in MW3 oder in MW2, dass das ja alles so freigeschaltet wird. Aber hier muss man erstmal, ja, muss man mit Geld umgehen können. So, Abschlussserien. Konterdrohne, Blackbird, Kampfhunde. Wenn ich die jetzt in dem Live-Kommentar erreiche, ne? Ohne Witz. Achso, und noch, by the way, unten links seht ihr, also es sind 440.386 Spiele online. Das zeigt, Black Ops ist beliebter als MW3. Ähm, denn das hat eigentlich um die 360.000, wenn es hinkommt. So. Gut, ich würde sagen, ja, wir haben jetzt, äh, zwei Minuten sinnlos gelabert. Würde ich sagen, schreiten wir zur Tat. Ich würde sagen, was nehmen wir uns? Team Deathmatch oder Herrschaft? Komm, wir nehmen uns eine Runde Herrschaft raus jetzt hier, Mädels. So. Gucken, was das jetzt gibt hier. Oh, Mann. Ich glaube, ja, also live verkacke ich richtig. Äh, ich hab mir gedacht, komm. Ich bin momentan im Black Ops-Feeling. Hello, ladies and gentlemen. Newktown, Domination. Viel Spaß. Oh. Hello, ladies and gentlemen. I'm going to bring you gameplay commentary. You're playing Domination on Nuketown. Na egal. Äh, mit was spiele ich denn jetzt hier? Ich glaube, auf der Map können wir mal mit MP5 spielen, oder? Komm, hauen wir mal raus. Oh, fuck, wir liegen ja schon mal richtig weit hinten. Stah los. Erstmal 4. So. Aber ich find Black Ops geil. Könnt ihr wissen, ey, das bockt sich richtig. Es lä- W-w-w-w-w-w-tf. Da ist er zwischendurch. Ja, ja. Es hat nämlich geleckt und da hab ich dich gesehen, Kollege. Ja, dann kannst du mal gucken. Ist hier jemand? Nein? Da war einer. Ah, Mist. Mist, Mist. Der hat eine AKU. Der hat eine AKU. Die Randsmade. Hier, äh, auf dieser Map spielen sie auch alle. Mist! Hier, auf dieser Map spielen sie auch alle mit, ähm, mit coolen sicherer Weste. Und bleibt mit AKU. So. Ah, diese Tarnung ist so sexy. Oh, fuck. Hier brennt's. Ach du Scheiße. Feindliche Esser! Verarsch mich doch nicht. Verarsch mich doch nicht. Wo haben die denn den Blackbird her? Okay, guck den ihr Rescores an. Guck doch den ihr Rescores an. Ist doch traurig. Das ist doch traurig. Ladies and Gentlemen, was soll das denn? Ach du Scheiße, Alter. Ficken. Och, Mann. Shit, das war knapp. Das war knapp. Das hab ich genau gesehen. So, ich würd sagen... Komm, Radikalvariante Farmers. Hey, ich hab einen getötet, wenn der gerade... Blö, blö, blö. Ah! Wow, 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 wow. Der hat einen... Wetten, der hat meinen MP5 aufgehoben? Der hat einen... Doch, klar war das meine. So. Haben die noch einen Blackbird oben, oder? Was? Warum ist der denn jetzt nicht gestorben? Ach so, er hat seinen Kollegen geholt. Naja, okay, cool. Hinter mir war auch noch einer. Sehr schön. Ah, ich find's doch cool, dass hier immer noch Doppel-EP sind. Äh, das sind hier gelegentlich mal Doppel-EP-Events. Die sind dann allerdings ohne Ankündigung. Die sind dann einfach da. Äh, wir kriegen hier mal so aus, Maul. Das ist ja mal traurig. So, und ich würd sagen, Mädels, weil das ja hier meine erste Runde Black Ops seit langem ist, denk ich mal, macht es euch nichts aus, wenn wir hier nach einfach noch ein Match machen. Macht nichts. Ich rendere mich dann bestimmt wieder tot. Ich wollte eigentlich nur, äh, ja... Ursprünglich wollte ich nur ein Spiel machen. Ähm, ich hab gerade diese Idee überkommen. Und ja, das war der absolute Headshot. Und warum der jetzt nicht gestorben ist, weil... Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal gleich Lobby wechseln. Aber ich kann euch sagen, es ist richtig genial, wenn man wieder anfangen kann zu leveln. Das steigert wirklich die Langzeitmotivation. Das gefällt mir richtig gut. Ja, okay, wenn man dann jetzt hier nicht... Vielleicht fahren solche... Au, die Becker heute wird! Oh, fuck, weg. Boah, Alter. Scheiße. Okay. Also, boah, ich wurde ja so ziemlich reingeschmissen. Ist halt vielleicht Commentaries recht unvorteilhaft. Ist doch schwierig. Äh, und ja, hier, ihr seht den Kill. Farmer ist Headshot. Farmer ist ja gar nicht overpowered. Naja, egal. Ja, Ironie ist Schicksals, würde ich sagen. Mh, okay. Wir haben einen Nullen zu zwölf. Boah, stinkt ja. So, na, Mädels, weil ich's bin, komm. Da wird's halt 16 Minuten lang oder so. Ist mir egal. Mädels, ist mir egal. Kommen wir einfach raus. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht mehr in dieselbe Lobby. Oh, Hazard. Team Deathmatch. Nee, Herrschaft auf Hazard. Okay. Mit was spielen wir? Hm, Farmer. Okay. Aber hier schnipsen sie, ne? Hier schnipsen sie bestimmt unwahrscheinlich. Puh. Na, okay. Schauen wir mal, was sich hier so ergibt. Hazard. Hazard. Okay. Ich glaube, ich sollte euch nicht foltern mit meinem Gesang. So, mit was spielen wir? Komm, wir nehmen mal die Galee-Schalldämpfer mit. Machen wir mal. So. Dann gucken wir mal. Aber ich finde auch, ne? Mit den Doppel-EP, also ich hab, wie gesagt, ich hab, äh, vielleicht, also ich hab mit nem Kumpel, wir haben zwei, drei Stündchen gezockt und dann waren wir schon so hoch, also ist richtig geil. So, ich bin jetzt mal voll unobjective, bin mal voll der Loser. Geh jetzt mal nicht zu B. So, wir verzweifeln einfach mal, ah, das Zeug dahin. Wenn ich meine Konterdrohne erreichen würde, würde mir das schon reichen. Nürfe ich was? Hallo? B gesichert. B gesichert, das ist gut. Da ist ein Sniper. Ja, den, den erreiche ich jetzt nicht da hinten. Ah, wir haben ja den Sniper weg. Oh, das ist ja schon mal schön. So, jetzt mal, oh, da schnipsen sie. Ich hab's euch gesagt, Mädels. Ich hab's euch gesagt. Äh, es ist eine sehr haarige Angelegenheit hier. Wo willst du denn hin? Jumpt der da rum, ey. Was soll das denn? Da wird's ja mal nicht. Ist da was, Mann? Da was? Ne. Okay. Da ist einer. Und da ist einer. Ah, aber da kam er hinter mir. Nee, ich wusste es. Ich wusste es. Ich hab grad noch nach Claymouse gesucht. Und wollte den Weg absichern. Aber irgendwie... Warum hab ich denn hier keine Claymouse dabei? Das ist ja mal richtig müß. Äh. Nichts da. Du bleibst da stehen. Aber ich krieg jetzt ein Assist. Okay, dann ein Assist. Damit muss ich jetzt leben können. Da war er. Da war er. Da war er. Aiming. So. Sehr schön. Oh. Der wollte tumen. Der wollte tumen. Du minderwertiger Madenstock. Was war das? Was war das für ein Wort? Hilfe. Kann ich jetzt mal lenken? Gegen... Ah. Ah. Hilfe. 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 Hat er... Hat er den getötet? Drüben? Hilfe. Oh Gott. Wir verlieren Alpha. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Stirp doch. Scheiße. Ich hab keine Muni mehr. Wo fang? Da ist ein Teammate. Draufgeschissen. Ich geh jetzt da einfach rein. Ich weiß, dass er eine AKU hat. Ich weiß, dass er schimmelt. Wo ist er? Hallo? Wir verlieren B. Bei B. Okay. Warte. Da geh ich hin. Bin ja fast nebenan. Okay. B ist... Fast 10. So. Den haben wir. Was geht jetzt hier? Oh. Habe ich hier keine Claymos oder so? Das geht ja mal gar nicht. Gleich mal rein machen. Ich glaube, die spawnen jetzt da, ne? Okay. Den können wir natürlich jetzt nicht anschießen, aber das ist natürlich nur bemerkbar. Darauf habe ich jetzt nicht so die Lust. Ähm. Da ist er. Wäsche. So. Konterdrohne direkt reingezwirbelt. Der Konterdrohne ist in der Luft. Das war mein Fehler, glaube ich. Ja, ja. Gut. Okay. Ja, müssen wir uns eingestehen. Da konnten die Gegner jetzt natürlich auch was dazu, aber größtenteils war ich jetzt schuld. So. Die sind jetzt... Okay. Die könnten jetzt natürlich wieder darüber laufen. Oh, mein Aiming, ne? Es ist so ein Träumchen. Die gehen jetzt vielleicht da drüben rein. Ne, da ist er. Da ist er. Sehr schön. Rainbow. So. Hier war er. Gaming Headset. Da ist einer. So. Wir verlieren Charlie. Wir verlieren Charlie. Ne. Hier höre ich was. Hier habe ich Aktivitäten festgestellt. Ah. Der kam mit über mir. Ah. Und da drüben. Da habe ich jetzt gar nicht hingeguckt. Ich habe jetzt nur über mich geguckt, weil... Ja, okay. Gut. Aber wenn er dann halt da drüben schimmeln will. Lassen wir ihn. Ist das okay. Ah. Und bei C ist er schon. Bei C ist er schon. Mist. End rein, ne? Hm. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Mädels. Okay. Ja, wir haben einen souveränen Vorsprung. Und da drüben schimmelt er. Sehr schön. Haben wir eliminiert. So. Ab jetzt hier rüber. Die wollen... Da ist er. Da drüben war noch einer. Da drüben war noch einer. Ah. Mist. Ja, das war jetzt... Okay. Okay. Ähm. Okay, die werden jetzt bestimmt wieder da drüben sein. Da kommen jetzt auch welche. Ah. Ah. Was soll ich machen? Oh, Mann. Da will... Da kommt er jetzt, ne? Zeig dich. Der kommt doch da. Hallo? Timit, das bist du. Die sind da. Die sind da. Die sind da. Ha! Sehr schön. Wir verlieren Alpha. Ah, gut. Gut, gut, gut. Dann machen wir das jetzt mal eben so. Oh, da unten war noch einer. Am Arsch. Wir werden beherrscht. Diese Positionen einnehmen. Oh, oh. Oh, hab ich mich erschrocken. Ha. Ja, guck. Oh. Alter, Falter. Da ist er. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Sterb doch. Da hängt noch einer. Mist, Mist, Mist. Am Arsch. Am Arsch. Am Arsch. Ah, Hilfe. Oh, 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 oh. Ganz ruhig. Wo ist er? Da liegt er. Aiming bräuchte ich, ey. Ich bräuchte Aiming. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Was eine Mettwurst, ey. Was eine Mettwurst. Oh. Oh. Und ich spawnen. Lauf direkt in der Granate. Okay. Wo sind sie? Hier oben, ha? Das lehne ich jetzt mal nicht ein. Ah, da war er doch. Schön. Sonst nichts. Okay. Hier hinten. Auch nicht. Wir verlieren Alpha. Oder drüben war er. Oder ich jetzt übers... Ich muss... Oder erst mal den da oben. Wir werden beherrscht. Ne, das geht nicht. Hätte ich doch mal lieber was eingenommen. Ach, Mist. Was bohren wir? Wir bohren bei... Okay, das kann man als A nehmen. Okay, dann nehmt ihr ein. Ich guck mal. Vielleicht entschließen sich ja ein paar Team-Mails mit zu B zu gehen. Das ist ein Wunschdenken. So. Ah, Mist. Hier gibt's kein Commando. Also ein Commando-Nive gibt's schon, aber den Perk gibt's nicht dazu. Sonst wäre er jetzt wahrscheinlich... umgefallen. Aber okay. Ah, der nimmt B ein. Das ist gut. Das ist gut, Kollege. Was? Sehr schön. Wow. 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 Ey, der war aber zu schnell, ne? Der wurde geblitzt. Äh, der wurde geblitzt. Nix da. Schnauze hier. Verbündetes Spionage-Flugzeug unterwegs. Unter drin? Ne, hab da. Sehr schön. Nein. Nein. Okay. Da. Bei wem. Sehr schön, haben wir. Alter, wie viele Raketen fliegen denn hier durch den Himmel? Sehr schön. Und da oben ist er. Da oben. Stirb doch. Oh, mein Aiming, Alter. Es ist so traurig. Das ist so traurig. Feindliches Spionage-Flugzeug am Himmel. Oh, Kacke. Hilfe. Der Feind stört unser Radar. Da drüben ist er. Oh, warum stirbt der denn auch nicht? Und ist auch noch einer. Ah, jetzt war ich zu überfordert. Jetzt war ich zu überfordert. Wir verlieren B. Scheiße. Die dürfen B nicht haben. Die dürfen B nicht haben. Granate. Wow, 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 wow. Alter. Erschreck mich doch nicht so. Alter. Nee, A dürfen wir nicht verlieren, Mädels. A dürfen wir nicht verlieren. Das geht nicht. Weg da. Mist. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Bitte scheißern. Wir müssen A sofort wiederholen. Okay. Okay, wenn wir C haben, dann geht das. Mist. Mist. Der wartet dann nur. Der Typ. Der wartet dann nur. Feindliche Vorräte unterwegs. Warum hat er seine Vorräte jetzt genau auf Stiefeld geworfen? Die nehme ich dir weg, Freundchen. Schwier ich dir. Wir verlieren. Die nehme ich dir weg. Ja, okay, Munition. Darauf geschissen. Nehmen wir ihn weg. Sehr schön. Das können wir gediegen annehmen, so ein Geschenk. Wow. Alter. Wow, wow, wow. Da unten. Machen wir direkt Granate hin. Boah. Also, das Video hat scheiße angefangen. Das muss man so sagen. Vom Gameplay-Technischen her. Aber mittlerweile... Ganz in Ordnung, glaube ich. Was heißt ganz in Ordnung? Natürlich nicht Overflow-like. Ah, okay. Aus Migration. Gut. Ach. Mann, Alter. Ist anstrengend. Ist anstrengend. So. Komm, jetzt. Das kann jetzt nicht vorbei sein, das Spiel. Ich sag's euch. Wenn das vorbei ist, dann... Ne? Da fliegt ein Controller. Das kann es jetzt nicht sein. Das kann es jetzt nicht sein. Warum will der das Spiel... Du kannst das jetzt nicht abbrechen. Nein, das geht nicht. Das kann jetzt nicht abgebrochen werden. Nein. Das geht jetzt nicht. An alle, die bis hierhin geguckt haben... Äh... Wenn das jetzt vorbei sein sollte... Schreibt mir mal unten... Ihr könnt ja mal zählen. Ja, ist vorbei. Mann! Okay, ich hätte jetzt gesagt... Äh, schreibt mal die Stats unten rein. Schnauzelei. Kann ich das jetzt in der... Dings-Szenie? Ähm... Kampfpistoria? Äh... 1-7-1. Da muss ich, glaube ich, jetzt im... Zu Kino gehen. Da könnte ich... Opa-Land nichts kann... Nein. Äh... Will ich gar nicht. Kino. Meine letzten Spiele. Herrschaft of Hazard. Also wir hatten dann bis jetzt einen Score von 24-14. So, gut. 24-14. Hätten wir das jetzt auch geklärt. Also ich hätte gerne noch bis zu Ende gespielt. Aber es sollte nicht sein. Okay, gut. Knappe 18 Minuten. Black Ops mal wieder auf meinem Kanal. Es wird auf jeden Fall mehr geben. Könnte euch drauf freuen. Trotzdem, MB3 und MB2 werden trotzdem weiterkommen. Keine Sorge. Und ja, gut, Mädels. In dem Sinne soll es das von mir gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.